Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wo stand euch die Shige? Äh, ich nehme mal das hier mit. Kann sein, dass er oben an meinem Haus stand. Ja, der steht da an meinem Haus. Ja, der steht da an meinem Haus. Hilfe von dir erhalten. Wenn du Minato also verlassen willst, ist das dein gutes Recht. Ich werde dich nicht aufhalten. Wenn du nicht mehr da bist, bleibt mehr Sake für mich übrig. Ich habe nicht vor, zu gehen. Wirklich? Das ist ein gutes Zeichen für Minato. Und eine willkommene Neuigkeit für mich. Aber wie gesagt, es bleibt dir überlassen. Ich stehe hinter dir, egal wie du dich entscheidest. Sobald der Regen nicht mehr in meinen Sake tropft, sollten wir mal einen trinken, Boss. Neues Gebiet. Der heilige Berg. Wie oft hat dieser Regen von tausend Tagen schon das Land überschwemmt? Erinnerungen regnen sich in deinem Verstand. Erinnerungen gewiss mit den aktuellen Ereignissen zusammenhängen. Der Gipfel des heiligen Berges ruft. Ich drück da mal drauf und dann gehe ich eben kurz pullern. Weil durch den Regen muss ich selber gerade pullern. So, bin wieder da. Irgendwie riecht es hier gerade nach Endboss. Ich weiß nicht warum. Geht. Geht euch einen Weg, den niemand zuvor getreten hat. Denn kein Berg ist zu hoch, kein Fluss zu weit für einen Jäger. Oder schon. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh, oh. Fluten verloren, Häuser, Familien, Kämono, sogar das Land selbst. Ich hätte jetzt so einen Teil gesetzt. Wir reden mal nicht darüber, wie cursed das da ist, ne? Da überreden wir mal nicht. Man kann in der Wand diese Dinger setzen. Auf uns erst zahlreiche Bürden. Mit Stärke befreien wir uns von Ihnen. Hm. Wo genau will ich gerade lang? Ach, da zwischendurch. Okay. Ich bin da schon gespannt, was auf mich wartet. Okay. Selbst wenn wir sterben, fließt das Leben weiter. Durch euch wird eure Bürde. Alter, es schreit halt gerade von allen Ecken aus Endboss. Wo genau will ich gerade hin? Ach da, ich will wieder eine Wand hochklettern. Nee, wie lange. Oh, das Ding geht kaputt. Ich bin schon. Ach, ich bin das. Oh, das Ding geht kaputt. Ah. Ach. Und das Ding geht. Das Ding geht mich. Achto nicht. Ach. Das Ding geht. Achto nicht. Das Ding geht. Ich bin auf jeden Fall. Ja. Regental ist meine Erinnerung Überhaupt nicht makaber Wie gesagt, es schreit aus allen Ecken Hier kommt jetzt der Endboss Und er will dich fertig machen Ich bin da gespannt, was für ein Monstrum Für diesen Regen verantwortlich ist Ey, diese Seelensteine, die ich hier bekomme Die brauche ich doch 100 pro für die nächsten Waffen Und sind so kacke dann zu sammeln Wartet ab, Leute Diese 99 Erzbrocken und 70 Erze Die werden nicht ausreichen Für was auch immer Ich muss mindestens Wahrscheinlich das Fünffache nochmal sammeln Was mich dann wieder zum Kotzen bringen würde Alter, der Weg hier sieht so geil aus Das ist kein heiliger Berg Das ist ein heiliger Baum Macht den Weg noch dünner Das ist ein heiliger Baum mal kurz gucken ich habe mir die rüstung von dem wolf noch gar nicht angeguckt 11 von dem tiger das ist praktisch die rüstung ist zu sehr koop basiert also in 90 prozent der zeit spiele ich das spiel nicht koop eigentlich sogar 99% wirklich nur wenn ich am grinden hol ich leute dazu und dann auch nur weil ich keinen bock auf die viecher habe hallo danke so 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 da haben wir unseren übeltäter ein drache was er doch sonst ich kann bei dem nur einen punkt anvisieren ja himmlischer drache so ow es kann losgehen das wird dir nicht gefallen wie soll ich den denn ansteig treffen da hinten wäre das lager ich würde ich würde gerne erstmal gucken mit welcher waffe ich überhaupt gegen dich am besten antrete na gut ein paar sekunden kann ich das eh erfahren wenn ich so weitermachen ich hoffe einfach dass ich mit dem element gerade richtig liege das so gerade akku da ist wer akku da ist wer akku hilfe gehe ich richtig in der annahme dass hier das lager gewesen wäre ich weiß halt nicht wo ich zum lager käme ich glaube ich kann da gar nicht hin da kam auf einmal so ein fettes rindvieh in mein gesicht das wird dir nicht gefallen das wird dir nicht gefallen das wird dir nicht gefallen das ist das ist ist Das wird, glaube ich, unangenehm. Stimmt ja eigentlich. Ich kann mich an deinem Gericht festhalten. Ich würde so gerne wissen, ob ich das richtige Element nutze, aber ich will es nicht festhalten werden wie Blitze erschießen. Halleluja. Okay, ich dachte, ich slide noch mal durch, dass das gerade eben auch funktioniert, aber offenbar war das falsch. Okay. Ich wollte an den Schweif ran. Halt dich fest, du Nase! Ich habe nur auf so einen Moment gewartet. Da habe ich das aufsammeln. Habe ich nicht noch was abgetrennt? Äh, selbst wenn, muss warten. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt bei ihm funktioniert. Also die Kanone bisher wirkt kaum. Nimm das. Au. Das gönne ich mir. Danke. Halt dich fest, verdammt! Fertig. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Bereit. Das wird dir nicht gefallen. Es kann losgehen. Bereit. Das wird dir nicht gefallen. Autschen. Und dort. Jetzt kann ich nachgucken. Ah, der verbirgt sein Gesicht. Okay. Der ist gegen alle Elemente schwach. Okay. Äh, dann nehme ich mir jetzt einfach die beste Waffe, die ich habe. Es ist scheißegal, mit was für einem Element ich an ihn rangehe. Gut. So, mal gucken, ob das Ding was bringt. Alter, hast du eine Reichweite. Ich habe den Schwein abgehackt. Meiner. Alter, der versteckt so hart die Sicht. Es kann losgehen. Also, das wird dir nicht gefallen. Aua. Aua. bitte sagt dass das was bringt nein nicht wirklich ich will an deine eine Pfote ran wenn ich darf die leuchtet so schön danke bisher freundlich ich will auf die fresse ein prügel das wird dir nicht gefallen ich erinnere glaube ich gerade jetzt schon wieder hier was das wird dir nicht gefallen der kämpft einfach mit allen elementen ja 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 ich will ihn einfach als jahreszeitendrache ansehen so wie der kämpft das wird dir nicht gefallen es kann losgehen nimm das böse sehr sehr böse nimm das ist so schlimm nimm 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 h Da ist wieder was zu Bruch gegangen. Oh, guck mal, jetzt zeigt er sein Gesicht. Boah, sieht der geil aus. Äh, wo bist du? Ich glaube, er ist über mir. Ja, sicher. Sonst noch Wünsche. Wollte ich das gerade nutzen. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Ich wollte da doch nur krabschen. Ich komme da nicht dran. Es kann los. Das wird dir nicht gefallen. Fertig. Aua. Er hat mich im Sprung getötet. Der sieht so ensgeil aus. Nein. Halt es noch weiter hin. Ja. Ja. Eine bessere Chance zum Angreifen kriege ich nicht. Ich komme in seine Visage nicht mal ran. Ich bin gekauft. Was feuerst du denn alles ab, ey? Au. Das war unfreundlich. Das ist nie mit Huma. Er ist tot! Er war gewaltig. Es kann sein, dass der Kapitel 5 Anfang war. Ich würde eigentlich sogar davon ausgehen. Er ist tot, dass der Kapitel 5 Anfang war. Glück im Unglück. Unser Charakter hat schwimmen gelernt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist. Ich glaube, jetzt kommt noch mal ein Boss. Beziehungsweise noch ein Monstrum. Der Geist, gefangen in diesem ewigen Kreislauf der Qual. Ich wollte ihn erstmal zu Ende reden lassen, bevor ich weitergehe. Ich glaube, jetzt geht's. Ich bin ein Mann. 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 Das Ding da ist doch nicht himmlisch. Das wird dir nicht gefallen. Nimm das. Komm her. Obwohl, das sollte ich mir auch spannen. Warum war ich eigentlich nicht so schlau und habe gerade eben was gepresst? Bei dem Drachen. Ich glaube, da will ich nicht drinstehen. Ich bin fertig. Bereit. Nimm das. Umfüglich hin. Aua. Okay, irgendwas ist mit ihm gerade. Ich kann mich nicht an dem festpacken. Ne, dann verwandelt er sich in diese Schmetterlinge. Schmetterlinge. Es kann losgehen. Okay, die Kettenfalle juckt den nicht im geringsten. Die brauche ich gar nicht mehr aufstellen. Die Kettenfalle juckt. Triskalt. Get aimed! Es kann losgehen. Nimm das. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Und beim Prinzip jetzt hacke ich gerade diese Schmetterlinge, ne? Was suchst du da hinten? Fertig. Ich konnte nicht mehr weg. Zum Glück ist er nicht besonders stark. Fertig. Nimm das. Und der Hammer hat auf jeden Fall sehr starke Wirkung gegen ihn. Er ist tot! Die Laterne steht da gerade kacke. Aber das war ein cooler, äh, 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 Gegner. Das auf jeden Fall. Also geht's mit der... Ja. Und da muss er noch mal tun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Ich kann mir ja den Erfolg eben kurz anschauen. Zerbrochener Kaiser, du hast erfolgreich das ursprüngliche Chemo tief im Herzen des Heiligen Bergs gejagt. Ja, ich glaube das war der finale Boss. Werde mich überhaupt eigentlich mit der lauten Hintergrundmusik gerade? Ja, eigentlich bin ich der laute. Ich habe das Spiel glaube ich ein bisschen zu leise gestellt. Ja Leute, das war Wild Hearts. Ich weiß nicht ob jetzt danach noch irgendwelche Monster kommen, wenn nicht ist das Spiel abgehakt. Ich glaube, dass die letzten Stufen einfach alle der himmlische Drache sind und dass man mit dem himmlischen Drachen dann jede Waffe auf das Maximum nochmal bringen kann. Ist meine Vermutung. Aber mich interessiert dann, wo die letzten zwei Einfälle herkommen sollen. Was die Waffen angeht. Das ist bei mir gerade unschlüssig. Ich überspringe die mal nicht, falls danach noch was kommt. Ich denke mal, dass es noch mindestens zwei Gegner danach noch geben wird. Weil irgendwo her muss ja dieser Einfall kommen. Obwohl es könnte sein, dass bei dem Drachen gerade die Einfälle gewesen wären. Das wäre gut möglich. Ich müsste da mal reingucken. Wenn ja, ist dann jetzt auch nicht weiter schlimm. Also das Grinding von dem Spiel, das hat mir auf jeden Fall überhaupt keinen Spaß gemacht. Kann man an der Stelle mal sagen. Ich habe ja schon in dem Parts jetzt gesagt hier. Also für YouTube sage ich Parts. Was mich stark bei dem Spiel gestört hatte. Also einmal, dass es stark unbalanced ist. Zum anderen, dass es an sehr, sehr vielen Stellen richtig verbuggt ist. Beispielsweise beim Klettern. Einige von den Viechern sind die Materialien richtig häufig zu sammeln. Ich glaube, die Quendels sind jetzt schon vorbei. Ne, da kommt noch mal was. Also ja, es gibt halt wirklich viel, was man bei dem Spiel bemängeln kann. Das Spiel bestand hauptsächlich daraus, ja, ich hau drauf und bete, dass ich nicht selber dabei verprügelt werde. Ich hatte dieses Spiel, wie ich ja schon sagte, am Anfang an schon mit Monster Hunter verglichen. Und ich würde jedem des Monster Hunter diesen Spiel vorziehen. Nicht, dass es schlecht wäre, aber es ist auch nicht bedingt jetzt so ein Top-Game, würde ich sagen. Die Geschichte war auf jeden Fall sehr mitnehmend. Also die hat einen wirklich mitgerissen. Ich dachte wirklich, wir hätten uns am Ende geopfert, damit sie wieder alle in Frieden und so weiter leben können. Weil ich dann da tatsächlich an dem Baum lag und noch aufgewacht bin, das hat mich verwundert. Ich dachte, ich wäre schon eins mit der Natur. Was ich auf jeden Fall von diesem Spiel lobe, sind die Monster an sich, auch wenn es räulich war, deren Materialien zu sammeln. Sie waren wirklich alle einzigartig. Also das kann man ins Spiel lassen. Ein paar von den Viechern würde ich aber auf jeden Fall in die Tonne treten. Beispielsweise den Affen, wie gesagt. Der war der größte Müll. Es gab kein Viech, das mich so sehr aufgeregt hat, wie der scheiß Affe. Und da kann man wirklich von beiden Versionen reden. Alle anderen Viecher fand ich irgendwo noch in Ordnung, aber der Affe hat mich halt gebrochen. Okay, ich glaube, jetzt sind die Quents vorbei. Zu langsam. Ich lege gerade den Controller beiseite. Wenn wir gleich nochmal ingame sind, kann ich ja nochmal nachgucken mit der Ausrüstung. Und auch was die Karakuri-Einfälle da angeht, kann ich dann auch nochmal da reingucken. Anfangs hatte ich ja alles dabei, was man gebraucht hätte. Und da kam ja nix. Ich könnte mir vorstellen, dass man den Kreisel bei dem Vieh gemacht hätte. Aber mir wäre dann immer noch eine Frage, bei welchem Monster würde man diesen Heizestäuber machen? Oder wäre es tatsächlich so gewesen, beide? Wie gesagt, die Quedits lasse ich jetzt gerade mal ablaufen. Obwohl, ich könnte ja mal kurz auch googeln, wie lange die Quedits gehen sollen. Bevor ich jetzt hier in 20 Minuten sitze. Okay, die Quedits, die gehen nicht so lange. Die gehen nur vier Minuten, also... ...sollten gleich vorbei sein. Also, wenn das Grinding von dem Spiel nicht so extrem schlimm gewesen wäre, ne? Dann wäre das Spiel auf jeden Fall wesentlich höher bei mir in der Balance. Aber das Grinding bestand ja hauptsächlich nicht daraus, ja, ich muss jetzt diese Viecher 10, 20 mal erschlagen. Sondern, ich muss, äh, drei Stunden über die Map gammeln und hoffen, dass ich ein paar Erze bekomme. Herzsteine und so weiter bekam man hinterher geworfen, aber die Erze... ...größter Müll. Also, äh, die haben mich so hart aufgeregt. Das war das, was mich wirklich am allermeisten gestört hat. Dass, äh, du wirklich diese, äh, Erze so hardcore farmen musstest bei der einen Waffe, hier mit dem Erzspalter aus dem ersten Kapitel. Das Vieh konnte nichts, das, äh, sobald man endlich bei dem Kampf war, dem war, innerhalb einer Minute war das Vieh tot bei mir. Oder, äh, da waren die Waffen noch nicht geboostet, wie sonst was. Und durfte mir dann immer erst eine Viertelstunde hier antun mit, äh, ja, der wandert jetzt erstmal zu der Stelle hin, wo ich ihn verkloppen kann. Das war, äh, das war auch so ein riesiger Makel an dem Spiel. Vor allen Dingen, den musste ich 10 Mal bekämpfen, weil ich, äh, ein einziges Material von dem brauchte. Also, ja, wenn ich so, äh, von einer 1 bis 10 Skala bewerten würde und 1 schlecht und 10 gut ist, dann würde das Spiel von mir eine 4 kriegen. Vielleicht, äh, äh, maximal eine 5, aber eher eine 4. Ich achte bei einem Spiel nie auf die Grafik, Leute. Also, ich bewerte ein Spiel nicht, ja, es hat eine geile Grafik, sondern ich achte auf die Story, hat das Spiel eine geile Story. Die Story, die war auf jeden Fall geil. Die Story 10 von 10. Aber der Rest, Müll. Die Viecher, also die Monster, wie gesagt, die waren auch sehr gut. Jeder von denen hat Spaß gemacht zu jagen, ne, sobald man sie mal verstanden hat. Ich finde, dass das Spiel an der einen oder anderen Stelle viel zu kooplastig ist. Vor allem, wenn du, wie gesagt, weinten gehst, da willst du eigentlich lieber einfach die ganze Zeit den Hilferuf aktivieren, anstatt die alleine zu jagen, weil das geht dreimal schneller, allein schon wenn einer dabei ist. Und zehnmal, wenn sogar noch ein zweiter nachjoint. Ich hatte einmal das Glück und hatte drei Leute drin, das Vieh war innerhalb von drei Minuten tot. Was ich gejagt hatte. Ich erinnere, äh, ich meine, das war der Amaterasu, den ich da gejagt hatte. Zu dem Zeitpunkt, da war ich dann auch glücklich. Also die Quelles, die könnten jetzt auch ruhig mal langsam vorbei sein. Ich kann ja mal hier über YouTube gucken, ab welchem Punkt ungefähr die Quelles aufhören vom Text her. Also auf welchen Text ich warte. Ich finde, allein um das Spiel zu würdigen, äh, sollte man die Quelles auch immer ablaufen lassen. Als Contemplator. Deswegen schneide ich die auch bei YouTube-Videos selten raus. Sobald da irgendwas mit Creative steht, sollte das eigentlich so langsam rum sein. Von den ganzen Waffen fand ich tatsächlich, äh, nur drei, wie man ja im Verlauf des Spiels sehen konnte, wirklich irgendwo gut. Also mir haben nur die, äh, diese Krallenklaue gefallen. Das Katana an sich. Und die Kanone fand ich tatsächlich auch ganz gut. Aber die restlichen Waffen, die fand ich jetzt auch nicht so sonderlich ansprechend. Ich hab einmal den Bogen bei einem anderen gesehen. Wenn man den kann, ist der eigentlich ganz geil. Okay, die Quelles sind jetzt endlich mal rum. Wir sind hier wieder in einem Ladebildschirm. Das ist übrigens auch eine Sache, äh, die dem Spiel von mir aus Minuspunkte gegeben haben. Der Ladesqueen, der geht einfach viel zu lang. Äh, was natürlich auch negativ war, dass das Spiel anfangs keiner spielen konnte. Übermächtige Monster. Okay, ich gucke jetzt einfach mal hier eben kurz erst hier rein. Der Punkt, der mich am meisten interessiert. Mein Kabel hat sich gerade um mein Mikrofon gewickelt gehabt. Äh, hier ist nix. Da ist auch nix. Ich bräuchte einmal eine Schmiede. Ich rede auf jeden Fall noch mit den Leuten. Seid gegrüßt. Was für ein schöner, sonniger Tag. Seid ihr auf der Jagd? Das ist der Plan. Aber passt da draußen auf euch auf, ja? Falls ihr etwas Hilfe mit euren Waffen braucht, wisst ihr ja, wo ihr mich finden könnt. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber... ...seid der Regen aufgehört hat, seht ihr irgendwie ausgeglichener aus. Als wäre euch eine schwere Last von der Seele gefallen. Es mag albern klingen, aber ihr scheint mir... ...gelassener. Ich meine, es ist schön, euch wieder gesund und munter anzutreffen. Ich glaube, die Sonne tut uns allen gut. Ja, das hier sind so ein DLC-Monster jetzt, ne? Also gut. Mal sehen, was ich tun kann. Guck mal, zumindest hier schien ich recht zu haben. Irgendwie, dieser Drache lohnt sich, was Waffen angeht? Gar nicht. Außerdem, den nochmal zu jagen... ...Pain. ...Pain. Kann ich euch sonst... ...Hauptkarte? Okay. Ja, wie gesagt, das, was so im Nachhinein dazu kam, eher uninteressant. Wahrscheinlich hier, wenn man jetzt dahin geht, könnte man den Drachen nochmal erschlagen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ich nehme die Anfrage einfach mal an. Habt ihr die Fischer in letzter Zeit reden hören? Sie haben angeblich ein unbekanntes Kemono auf der Seeleninsel gesichtet. Leider gibt es wenig Informationen, da sie sich nur trauen, in Küstennähe zu fischen. Aber es scheint mächtig zu sein. Ich fürchte, es könnte eine Bedrohung für Minato darstellen. Nobu und die anderen Fischer sind sicherlich beunrufbar. Natürlich. Ach, vielen lieben Dank. Ich wusste, ihr würdet helfen wollen. Ihr solltet euch vorher vergewissern, dass eure Waffen und Ausrüstung gut in Schuss sind. Ich hab mir die Rüstung noch gar nicht angesehen. Von neben Drachen. Das sind die Ausrüstung, die euer Leben schützt, zu vernachlässigen, oder? Es sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Allein schon wegen diesen Kerlen gesund. Das macht einfach alle Leiden runter. Die Rüstung von dem, die lohnt sich hardcore auf jeden Fall. Die lohnt sich richtig hart. Und sie sieht auch verdammt geil aus. So, da erzähl mir auch noch mal. Ich hol mir jetzt noch alle Geschwächer, die ich hier abholen kann. Oh, tut mir leid. Willkommen. Ihr seht besorgt aus. Ein wenig. Die vor kurzem eingetroffenen Händler haben ein beunruhigendes Gerücht erzählt. Die große Kirschblüte ist nach all diesem Regen endlich erblüht. Das klingt wunderbar, nicht wahr? Doch ein Kemono scheint dort ein neues Territorium zu etablieren. Ein Kemono, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Ich selbst habe es nicht gesehen. Doch die Kaufleute beschrieben es auf seltsame Weise. Sie sagten, es wäre unglaublich schön. Doch, es bleibt noch immer ein Kemono. Und damit eine weitere Bedrohung für Minato. Natürlich könnte es auch harmlos sein. Aber, würdet ihr euch ein Bild von der Lage machen? Ist diese Kirschblüte besonders? Für mich, ja. Sie erinnert mich an meinen Vater. Der Gedanke, dass ich dort ein Kemono niederlassen könnte. Ich wusste, ihr würdet helfen wollen. Passt auf euch auf. Ich weiß, dass ich mich bei sowas auf euch... Willkommen. Ich weiß nicht, was manchmal in eurem Kopf vorgeht. Wir sind wie der Mond und eine Schildkröte. Beide rund, doch völlig verschieden. Interessanter Vergleich. Aber irgendwie macht es inzwischen Spaß, mit euch zu reden. Zumindest seit dieser deprimierende Regen aufgehört hat. Ihr geht auf die Jagd? Sagt mir Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Wie fühlt ihr euch nun? Kommt zurück, wenn ihr was braucht. So, hier möchte noch jemand mit mir quatschen. Nun, da der Regen endlich nachgelassen hat, können wir uns wieder an die Arbeit machen. Das Wetter spielt bei eurer Jagd wohl keine große Rolle, was? Wollt ihr euch nicht mal einen Tag Ruhe gönnen? Niemals. Manchmal braucht man etwas Abwechslung, um den Kopf frei zu bekommen. Schärfe deine Werkzeuge und dein Verstand, wie ich zu sagen pflege. Aber vielleicht trifft das auf jemand so Talentierten wie euch nicht zu. Was weiß ich. Tut einfach, was ihr für richtig haltet. Jedenfalls scheint es hier bald keine Arbeit mehr zu geben. Wir alle haben Minato lieb gewonnen. Genau wie ihr. Ich denke, wir bleiben noch eine Weile hier. Die guckt immer so unfreundlich. Wenn doch die mir gleich ins Gesicht schlagen will. Du guck die mir immer an. Ich kann das Ding irgendwie bequatschen. Okay. Ein Jagd auf ein impulsives Kimono wurde freigeschaltet, die du in die Aufgabenliste auf der Karte annehmen kannst. Bei erfolgreichem Abschluss jagt erhältst du ein oder mehrere Schlüsselsteine. Schlüsselsteine werden benötigt, um stärker Kimono zu jagen. Nachdem du ein solches Kimono erfolgreich bezwungen hast, werden die verwendeten Schlüsselsteine wieder von der Natur absorbiert. Hitzige Warenkralle. Impulsiver Smaraggleiter. Geisterhaftes Grappschwänzchen. Düstere Miasma-Stachel. Grausame Seelengrimm. Also wenn ich das sehe, gibt es noch vier Monster, die wir auf jeden Fall bekämpfen können. Das sage ich jetzt. Eventuell werde ich nochmal korrigiert, wenn ich jetzt wirklich mit allen gequatscht habe, die ich bequatschen kann. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Er scheint heute bei bester Gesundheit zu sein. Sogar besser als je zuvor. Das geheimnisvolle Karakuri in eurer Brust scheint wieder tüchtig zu arbeiten. Erst das und dann hört dieser unnachgiebige Regen abrupt auf. Es ist mir ein einziges Rätsel. Was ist da nur passiert? Ich habe ein Dach nur schlagen. Es ist, wie ich schon einmal sagte. Es gibt so viel auf dieser Welt, dass wir kaum verstehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es unerklärlich ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles einen Grund hat. Doch solange es keine plausible Erklärung gibt, sollten wir es vielleicht einfach ein Wunder nennen. Da wir schon von Wundern sprechen, die Wälder und die Gewässer erholen sich zusehends. Was auch immer die Himmelsfäden blockiert hat, scheint verschwunden zu sein. Sie breiten sich wieder in alle Richtungen aus. Seltsam. Oder nicht? Das hoffe ich. Schließlich können wir uns nicht immer auf euch verlassen. Wir müssen selbst einen Weg finden, uns solchen Katastrophen zu stellen. Im Augenblick ist Minato in Sicherheit und von den Kemono geht keine unmittelbare Gefahr aus. Jetzt weiß ich kaum, was ich mit mir anfangen soll. Das Gefühl kenne ich. Wie fühlt ihr euch? Wenn es euch besser geht, freut mich das. Doch solange wir die Ursache nicht verstehen, solltet ihr euch nicht überanstrengen. Wie fühlt ihr euch? Okay, sie sagt nichts. Ein interessantes mehr. Ihr seid wie immer in bester körperlicher Verfassung. Das sieht man gerne. Ich behaupte nicht zu wissen, was euer Herz bewegt. Aber in euren Augen kann ich sehen, dass ihr etwas Bedeutendes vollbracht habt. Gibt es in dieser malerischen kleinen Stadt etwa nichts mehr, das eure Sehnsüchte erfüllen könnte? Ich bin hier noch nicht fertig. Musik in meinen Ohren. Wieso gehen, wenn noch immer ein Vermögen winkt? Und unsere Schicksale sind miteinander verflochten. Der steigende Wohlstand der Stadt bringt der Schatzkammer ein gutes Geschäft ein. So, als nächstes zum Fischer. Drei Leute fehlen noch auf meiner Liste zum Bequatschen. Ja, was für ein wunderschöner Tag. Das perfekte Wetter zum Angeln. Da sollte man dem Himmel nach all dem Regen wirklich dankbar sein. Ich hatte mich schon gefragt, ob es jemals enden würde. Aber die Reparaturen an unseren Booten und Häusern kommen zügig voran. Bald sind wir fertig. Ihr werdet staunen, wenn ihr Minato wieder in voller Pracht erblickt. Die Stadt wird beeindruckender sein als je zuvor. Ihr schafft uns stets die Kemono vom Hals. Es wird Zeit, dass der Rest von uns auch mal etwas beiträgt. Eure Worte bedeuten mir viel. Wir tun alle, was wir können. Das ist, was zählt. Jedenfalls ist heute wirklich ein schöner Tag, nicht wahr? Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf hoher See einschlafe. Nebenbei kommt mir auch gerade in den Sinn. Äh, ich habe fünf Elemente zur Verfügung. Ich sehe hier aber nur vier Monster. Es muss doch auch noch ein fünftes geben, oder nicht? Die Impulsiven, das sind wahrscheinlich auch nur wieder heftigere Versionen. Und für mich eigentlich gar nicht vom Belang. Ich überlege gerade, ob ich, äh, wirklich für die hier auch nochmal ein Steam machen will. Oder hier an der Stelle wirklich sage, äh, dass es das war. Nee, ich glaube, ich lasse die sein. Vor allen Dingen, wenn ich das sehe. Man hat nur 20 Minuten für die. Und man hat nur ein Leben. Heißt, ich müsste wahrscheinlich wieder wirklich ultra grinden, um meine Waffen erstmal aufzubessern, damit ich die überhaupt bekämpfen kann. Und da das dann eh nur andere Versionen von den Viechern wären, beispielsweise von den Blütenschwänzchen hier, sehe ich da kaum Sinn drin. Das wäre ja auch nur, äh, selbes Monster. Das sind ja auch nur DLC-Viecher. Also ich glaube, ich lasse die bleiben. Und wie gesagt, ich bequatsche jetzt noch die anderen. Und zwei, die übrig sind. Einmal Ushishige und den Badehaustüten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, das in einem Steam fertig zu kriegen. Ihr habt mich erwischt. Das dachte ich mir. Wie tröstlich. Es gibt kein schlimmeres Gefühl als die Gewissheit, dass unser Leben nicht in unserer Hand liegt. Wisst ihr, der Zufall hat mich nach Minato geführt. Aber diese Stadt ist mir sehr ans Herz gewachsen. Am Ende verlieren wir alles, was uns wichtig ist. Und doch leben wir diese Dinge. Ich bin dankbar, dass ich noch länger hier verweilen darf. Sorry, dass die Morse so böse war. Wie dem auch sei, tut mir leid. Ihr habt sicher viel zu tun, nicht wahr? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Sorry, jetzt fehlt nur noch mein Sargekumpel. Dafür muss ich einmal ganz nach oben. Ah, da bist du ja. Siehst gut aus, Boss. Ich weiß, ich sollte manchmal lieber den Mund halten, aber... Es ist schön, wieder mit dir zu reden. Es war, als ob du jeden Moment verschwinden könntest. Als würdest du uns verlassen, ohne je einen Blick zurückzuwerfen. Aber du weißt doch, wie wichtig du für Minato bist. Gut. Das tue ich nämlich. Aber nicht als Jäger. Ich zähle auf dich als Freund. Wir sollten mal wieder was trinken gehen. Ich schulde dir noch einen Sarge. Du könntest es nicht ertragen, Minato zu verlassen, oder, Boss? Es scheint noch nicht allzu lang her zu sein, dass Amaterrasse zur Sonnenschwinge wurde. Diesen Namen soll sie in der Zeit erhalten haben, als die Samurai in dieses Gebiet einbrangen und mit den hiesigen Jägern aneinandergerieten. Die Jäger wehrten sich tapfer, doch sie waren den erfahrenen Kriegern nicht gewachsen. Die Lage schien hoffnungslos. Bis eines Tages Amaterrasse mit ihren feurigen Schwingen zum Schlachtfeld hinabstieg. Die Samurai waren gebannt. So ein Wesen hatten sie noch nie zuvor gesehen. Die Jäger ergriffen ihre Chance und vertrieben die Eindringlinge. Du kannst dir also vorstellen, woher dieser Glau berührt, oder? Der Vogel wurde zu einem glückverheißenden Vorzeichen in Minato. Okay, jetzt habe ich ja wirklich alle Gespräche abgehakt. Ich beame mich nochmal hier hoch. Ich habe mit allen geredet, mit denen ich noch reden wollte. Ich will mich hier vorne an die Klippe stellen. So, und hier stelle ich mich jetzt für die Abbot hin. Ein schöneres Bild können wir doch gar nicht haben. Den Controller lege ich gerade beiseite. Wie gesagt, diese vier Aftergame-Content-Monster. Eventuell ist da sogar noch ein fünftes runter, man weiß es nicht. Ich werde es nicht nachgucken. Die werde ich tatsächlich nicht jagen. Weil 20 Minuten Monster, die extremst heftig sind und ich mit meiner jetzigen Ausrüstung definitiv nicht schaffe. Wofür ich wieder wahrscheinlich 20 Stunden lang grinden gehen darf. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das wäre mir zu viel Grinding wieder. Deswegen sage ich einfach, das war es mit White Hearts. Das Spiel hat mir schon Spaß gemacht. Nur als ich das ewig lange Grinding hatte, ist bei mir der Spaß irgendwo verflogen. Und vor allen Dingen, als ich mit dem Affen mich mindestens 20 Mal kloppen durfte. Und ich meine damit mit beiden Versionen. Mit dem schwächeren 10 Mal, mit dem anderen 20 Mal. Weil ich brauche den nicht nur für den Feuerweg. Sondern tatsächlich auch für den Steinweg. Mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich alles Wichtige bei den Credits gerade eben schon gesagt. Was mich übrigens auch stört, ist, dass das Spiel übelst viel von meinem Speicherplatz einnimmt. Und teilweise mein PC deswegen auch Probleme hatte. Aber ja, das Spiel ist fertig. Ich werde es ab dem Punkt nicht nochmal anfassen. An der Stelle sage ich einfach, zuerst für YouTube, wenn es euch gefallen hat. Abo und ein Like da lassen. Die beiden Endmonster, die habe ich wahrscheinlich beide zu einem Video zusammengeschmissen. Wie gesagt, Abo und ein Like da lassen. Follow auf Twitch. Und den YouTube-Zuschauern sage ich als erstes schon mal an der Stelle, tschau, euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Projekt.